Folge 2, Schüttelklappen in Grün Interessante Frage Wo bleibt Mario? Okay, keine so gute Idee Äh, nö, ich denke wohl, das wird nichts, wa? Geh ich hier eigentlich unter, oder weiss ich jetzt alles? Nö, jetzt muss ich nicht nix Gott sei Dank, so Yoshi, ich bauch dich, sonst komm ich hier nicht drüber Yoshi! Bäm Yoshi-Tai Nein, 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 Yoshi bist du des Wahnsinns, das wollte ich doch gar nicht Okay, Yoshi kann einfach drüber laufen, das ist natürlich sehr praktisch Wann, ich will nicht knutschen, hau ab! Hä, ich drück doch B Hä? Wääh Nochmal Ja, ich drück die ganze Zeit B Ach so Einfach nur die Fernbedienung schütteln Ja Ja Bäm Ach so, das sind schon wieder hier drin Äh, hallo? Jetzt Oh, ein paar Gegner, auf die Schneller-Abenweise Bea Sag mal Gibt doch, Upps Und Tschüss Juhuuu Komm, schon, ich bin ich noch ja ein paar sternen teile konnte ich noch was mit joshi schnappen rückwärts mit ach so was gleich einer ja hübsch die sternteil ausgeschissen joshi das ist noch der sternring ich dachte hätte noch einen gehört habe ich da einen gesehen da ist er ja scheisse natürlich wieder mal ohne probleme mann sind wir geil der fünfte schon ich krieg die motten na dann auf zu nummer 6 cool mann sind wir gut drauf wir holen jeden sterne jeden stern den stern noch einer ein stern noch in dieser galaxie schon wieder alarm alarm oje 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 und der dritte im bunde und schon wieder der aller guten dingen sind drei ja schön wärs ganz ehrlich dieser grüne balken hier oben und unten verwirrt mich irgendwie ich meine vor allem weil ich den auch auf dem fernsehen habe das heisst eigentlich das müsste von der diakom dass das wirklich normal ist das irgendwie glu ist so von nintendo also ein grüner balken genau diese grüne falbe äh farbe diese grüne farbe bedeutet eigentlich dass es ein grafischer umsetzungsfehler ist versteht ihr aber sieht nicht so aus ja der diakom ist gleich noch mal auch das ist nicht cool ich stebe eigentlich nicht so gerne so gerade schon hinten an bam ups du 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 ich hatte gehofft aber auch falsch gelacht dass der asternteil übergelassen würde du 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 Die grüne Stelle Nummer 1 haben wir hier oben gefunden. Hör auf zu brummen, Mensch! Ich hab schon einen Tinnitus, ich brauch keinen zweiten. Den zweiten haben wir da vorne gefunden. Ja. Und das ist der Knutscher wieder mal. Kannst du vergessen, ich will nicht knutschen. Aus! Schau mal, dass der dritte irgendwo auf der anderen Seite sein muss. Oder höre ich ihn? Ich höre ihn dazu noch, aber das ist wie gesagt... Der, den wir bereits geholt haben! Der Alte! Yeah! Dankeschön! Danke für die Sternteil, den du ausspuckst! Gut! Bäm! Oh Bäm! Scheisse! Natürlich! Pausezeichen und was kommt denn Goomba? Mann, rennst weg! Du bist das Futter für Yoshi! Toll, wie kommst du jetzt hinweg? Äh... Ja! Garantiert durch den, was? Aber immerhin! Ich kann Sternen teilen! Ja! Achso, der war's! Ich höre hier nichts! Keinen grünen Stern! Ja, und das finde ich aber schon heisse! Hm... Der Nächste? Ich spitze mal den Hauscher! Wo bist du? Mobbing bringt nichts! Viel Zustechling für unseren guten Yoshi! Servus! Servus! So, danke! Hopp! Und hopp! Und weiter geht! Au! 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 Yashi bleib hier! Yashi, du bist doch mal ein Hausdiener! So, war schon besser! So, grüner Stern, wo bist du? Bis doch hier oben! Erstmal der Gegner ausschauen, damit die keine nervigen Geräusche mehr machen, die mich irritieren könnten! Äh... Ja! Da vorne eigentlich sehe ich gar nichts! Nö! Äh... Äh... Scheisse! Hoppala! Und... durability Sch społeccele! Jaha! Wow! So, aufstっと stor! So, habt ihr gesagt, 아무도 keinen? Hallo! Seisst du mich nicht? Unno! Es ist da... In da oben ist da! Das ist sehen! Oder? Ist das der grüne oder der gelbe? Nehm der grüne Sean! Alter False! denn wo bist du hier oben gewesen? 바�aptete Flügel! Heheheh! Sorry! Auch keine Absicht! Ich mobbe doch normalerweise keine Goombas. Normalerweise. Ho! Das kommt raus, Mann! Ja, ja, Schisszungen. Die kann man für alles benutzen. Die Spinne erinnert mich ein bisschen an die als selbe Skyward zu Ort. Äh, hallo? Wo, wo, wo. Ja. Die hat's nicht zu gut. Das war... Wo! Tschüss, tschüss! Egal. Tschüss! Au! Das hat's gesagt. Tschüss! Geht doch. Und du auch tschüss! Bam! Voll ins A1-Face gekickt! Yeah! Du, 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 du... coole Mucke, coole Mucke! Yeah! Haben sie ja schön. Spreiß die Zunge! Merkt. Und schon bin ich daheim, yeah, yeah, oh, diese Goombas mobben mich ständig und vor allem meinen lieben Hausdino, NEIN! Yoshi, bekommst du jetzt da hoch? Achso, natürlich, ganz auf die alte Art und Weise, mit dieser Scheisse. Keine Sorge, ich sterb nicht so schnell. Glaub auch zumindest. Der ist mir auch nicht freundlich gesinkt. So klappt das nicht. Hä? Okay, jetzt so. Ne. Hä, wie kam ich denn da hoch? Hab doch für schonmal gemacht. Was, wo ist nicht mehr wie? Ich weiss nicht mehr wie, ouch. Äh, Balonyoshi, nee, das ist der andere Stern. Hm. Fragen über Fragen. Schütteln bringt nix. Hm, eben die Hauptspreche vermutlich auch nix. Nein! Nein! Autsch. Tja. Zum Glück befinde ich mich auf Yoshi. Der hat den Sturz ein bisschen abgefangen. Yeah. Trotzdem, Keks, wie kommst du da hoch? Ähhhh. Die sind wie noch ein Trickchen noch nicht kennen. Okay, Abspring ist eines, aber es klappt im Flug nicht. Aaaah, doch. Es klappt im Flug, du 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 du. Ah,en die genau da unter sein. Yep, und schon hab ich ihn! Jetzt weiss ich Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich so sein sollte, aber es funktioniert. Ganz genau! Oh yeah! Die DALAXIE ist schon wieder komplett! Das geht ja ratzefatze! Spielstand, Bruder, Gehse! So! 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 Was? Drei brauchen weiterzukommen? Schüttelklapp-Galaxie! Wirbelbohrab-Galaxie! Ach du Scheisse! Ein paar Sternteile, wie schön! Die können wir so gut gebrauchen, wenn ich... Ich glaub's immer noch nicht, aber wenn ich wirklich 9999 brauche für die allerletzte Galaxie! Puh! Alles klar! Grünstern Number One! Okay, der eine sieht ziemlich billig und einfach aus! Aber es kann sich ja täuschen! Äh, ja! Wie auch immer! Puh! Yes! Du sagst Mario, yes! Hm! Ganz geschehen durchgehen! Keinen Fehler machen! Keinen Klupper zu viel! Schüttelklupper! Servus! Äh, der ist ein bisschen schwindelig! Dem sowieso! Nein, der ist noch! Bäm! Der hat geliebt! Wie kommst du jetzt da ran? Ist das viel zu... Nö! So ist der gar nicht! Das schaff ich schon! So, und jetzt? Oh! Ach du alter Falter! Hm! Ich lege gerade! Kommt er vielleicht mit dem... Dreifachsalto plus... Ja, müsste er vielleicht klappen! Dreifachsalto plus Schüttelwippo! So! Platz vielleicht ein bisschen kurz! Aber es klappt trotzdem! Yeah, 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 yeah! Ja! So, jetzt juckt es mich wieder überall! Ist ja sehr schön! Ach, Mario! Wie man sich bloß über so einen vergifteten Stern freuen kann! Ja, so einen grünen und... Ah! Ist egal! Hm! Aber eigentlich müssen wir uns die ganzen Sterne mit Luigi holen, oder? Ich meine, grünen Stern und Luigi? Ja, okay, die müssten ja auch rote Sterne geben! Stimmt schon, stimmt schon! So, Stern Nummer 1 hier an der Schüttelklapp-Galaxie war ziemlich easy! Wie sieht es denn mit dem zweiten grünen Stern aus? Ist der auch so einfach, oder? Ich schätze ja weniger, aber... Mit dem Alarm! Hör auf zu alarmen! Äh... Ja... Sieht doch nicht mal so schlecht aus! Wieso? Weil es sind doch gleich scheisse aus wie denn vorhin! Kann das nicht überspringen? Nein, geht nicht! Schade! Was sagt eigentlich der kleine Hassel-Hobby? Ja... Kenn ich doch alles, wo ist der... Nein, der ist der auch nicht, hä? Gibt es nicht einfach weiter? Na klar, so sehe ich nichts, aber so wird alles wieder dargestellt! Nice, ja super! Juhu! Juhu! Ah, seht ihr? Kein Problem für uns! Ich sagte, kein Problem für uns! Leben sollte man nie verschenken! Wow! Oh! Das war knapp! Ein Leben, das würde ich doch gerne geben! Oh! Ein kristallisierter Goomba! Kristall-ungeheuer Goomba, greift an! Kristall-ungeheuer Goomba ist tot! Oh, das ist der Scheisse! Ich erinnere mich wieder! Ist das der Zweite? Sieht so aus! Wobei... Ganz ehrlich, vorhin beim ersten Mal, als ich hier durchgewascht bin, natürlich noch im regulären Let's Play mit den gelben Sternen und so, da war es irgendwie schwieriger, glaube ich. Ah, man soll ja den Tag nicht vor dem Abend fluchen! Äh, loben! So, hier verfolgt mich keiner, das ist natürlich sehr praktisch! Ich bin jetzt schon eher, aber es ist mir gerade scheisse egal! Ja, ja, boah! Das war knapp! Ich hätte es gerade vorbeigeflogen, wo... Äh... Jetzt erst mal die Sicht wieder mal frei machen! Ja, dann klappt, ich bin vorbeigeflogen! Nein! Ich bin ein Arsch! Ja, drüben ist das... Äh... Na, toll! Egal, die Rückenmaschine ist sicher viel angenehmer! Wow! Das liegt mir aber gerade hier... Ja, ihr wisst schon! Ich wollte gerade hier den Schüttel-Bippo machen, aber das wäre natürlich nicht so eine gute Idee! Toll, kommst du jetzt hoch! Alter! Wow! Das ist egal! Komplett vergessen! Dulululu! Du! 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 Du!